Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swislos. Heute am Beispiel der Sport-Toto-Fonds des Kantons St. Gallen. Ich bin Uraban Wirt, ich bin der technische Leiter des Geräteurne Utswil. Wir machen das Geräteurne als wettkampforientierten Leistungssport. Erfolgreich im Geräteurne ist man, wenn man die nötigen körperlichen Voraussetzungen mitbringt. Aber auch mit Freude und Fliess die nötige Leistung erbringen will. In unserem Verein turnen zurzeit 58 Mädchen und Damen regelmässig 6 Std. in der Woche. Die jungen Turnerinnen bestritten bis zu neun Wettkämpfen im Jahr und besuchen zweimal im Jahr die Wenningstag in den Ferien. Dank Swislos können wir unsere grossen Ziele verwirklichen. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swislos. Die Lottoziehung wurde Ihnen제가